Was ich an mir ändern müsste, ich fühlte mich anders als andere, wurde von ihnen auch nicht mehr so wirklich verstanden. Es galt den Grund dafür zu finden und eventuell Lösungen. Und da stand ich nun vor diesem großen Wasser, einem Ort, den ich aus unerklärlichen Gründen so sehr liebe. Der Bass und der Takt an, doch ich tanze immerhin allein und irgendwann schaltet sich auch mein Verstand wieder ein. Und ich denke daran, wie schön es wäre, jetzt zu zweit zu sein. Du brauchst nicht weiter.